DJ Flumi war Santa Claus unterwegs im Cop-Center Bahn auf Strasse 11, 3270 Arberg. Wenn jemand nicht da war, hat der schönsten Weihnachtsmann verpasst, der an die Kinder und Erwachsene Geschenke verteilt hat. Eine andere Gelegenheit bietet sich der Nächste erneut an, und zwar nämlich dann, wenn sie für den Silvester nach Niemand organisiert haben. Denn dann ist der DJ Flumi einfach die beste Lösung für Ihren Anlass. Bitte kontaktieren Sie ihn und reservieren Sie einen Termin für Ihre private oder offizielle Party. Ihr DJ Flumi Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017